Du, ich, wir alle brauchen einen Coach, einen Berater, einen Mentor, irgendjemand, der uns regelmäßig den Spiegel vorhält. Ehrlich, aber klar uns eine Rückmeldung gibt, wo wir stehen und wo vielleicht blinde Flecken sind, was zu tun ist, wo wir vielleicht noch nicht hingeschaut haben, um unser Potenzial zu entwickeln. Voraussetzung natürlich, ich möchte mich entwickeln, ich möchte mich persönlich entwickeln, mein Business entwickeln, ich möchte irgendetwas hinterlassen auf dieser Welt. Ich kann mich auch auf die Couch setzen und Fernsehen schauen und mir einreden, dass das Welt alles super ist. Aber in dem Moment, wo ich mich entwickeln möchte, ist es absolut wichtig, dass ich jemanden habe, egal wer das ist, der möglichst unabhängig und ehrlich und direkt mir ein Feedback gibt. Das wünsche ich dir.